So, liebe Leute, da sind wir wieder mit der Aufnahme-Folge. Wir haben jetzt zwei Personen lieber festgenommen haben. Wann soll der Meister mal machen? Er macht das schon. Die Polizeiwache war jetzt in der Fremde. Er macht das schon, erst mal fahren. So, dann fahren wir jetzt Wache zurück. Und lassen die DNA, die wir gefunden haben, überprüfen. Aber jetzt war es vorbei, jetzt gibt es gute Zeit. Oh, das ist eine Schlägerei zwischen... Oh, wir haben 500 Punkte gefähigte Erfahrungsdinger. Ja gut. So, dann fahren wir jetzt die DNA untersuchen. Dafür müssen wir hier hin. Und steigen aus unserem Fahrzeug hier aus. Und gehen in unsere... Polizeiwache. Ich würde sagen, wir haben gut geparkt. Ja, wir parken immer super. Aber... Und jetzt lassen wir mal die DNA untersuchen. Wo ist unser... Labor? Ich weiß gar nicht mehr. Da. Da müssen wir jetzt hin. Gut, dann gucken wir mal. Ich war hier noch nie drin im Labor. Ich hab die da sehr interessant aus. Mahlzeit, Leute! So, dann machen wir mal. Sollen die Mahl... Ja. Person. Tobias, äh... Albrecht. Untersuchen Sie jetzt alle verbleibenden Tatorte, um weitere Beweise zu finden. Alles klar. Machen wir. Ciao. Bis morgen, Hans. So, machen wir mal gucken. Jetzt kommt die nächsten Tatort. Ich hoffe, jetzt kommt kein Einsatz rein. Damit wir sagen, wir mal was schaffen hier, ne? Wir kommen auf fast 1000 Punkte. Ah, ich finde schon mal sehr gut, sehr gut, sehr gut. Komm rennen. Boah, wenn bei den... Wenn bei der Polizei Zeit Geld wäre, dann wäre auch Zeit kein Geld. Hä, was? Labern wir. So. Guck mal, wir haben so gut geparkt, da passen noch Leute durch. So, jetzt ist das... Jetzt gehen wir... Die anderen Sachen eben untersuchen. Guck mal, wir sind sogar direkt an einem Ort dran. Wir müssen nun mal eben drehen. Das machen wir jetzt. So. Guck mal, Platz. Rückwärts. 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 Und vorwärts. Gas. Komm, Mann, Junge. Boah. Wo ist jetzt die Gastaste da? So. Oh. Oh. Entschuldigung, Bruder. Guck mal, er fährt. Er fährt jetzt noch. Kacken Kreis. Leute. Was macht er denn da? Was macht er denn da? Hier war das, ne? Ja, wir sind da. So. Dann wollen wir mal gucken, ob wir hier haben. In dem Haus. Für einen Fall. Bis jetzt waren halt immer nur Frauen, die offen wohnen da. Ah, schon wieder eine Frau, ne? Ja. Komisch. Wir können jetzt erstmal die Frau Hebel fragen. Frag die mal lang. So. So. Der Name der Person lautet Paul. Sie hat jemanden gesehen, der vom Tatort weggerannt hat. Sie können aber keine Angaben zu der Person machen. Warte ne Fotze. Die halten noch alle zusammen, ey. So. Ähm. Ja. Untersuchen wir sie mal, ne? Guck mal, ob du findest, Langen. Und dann rufen wir direkt mal den Notarzt, damit die Person schon mal wegkommt. Was gefunden? Und? Boah, der musste immer so lange rechnen, ey. Die ohne Sonne sagen, er hat kein Ergebnis gesehen, halt. Schön. Ach nee, das brauchen wir nicht. Wir brauchen ein Telefon, rufen kranken. Und jetzt lauf. Ja, lauf, Boren. So, wo steht denn der Krankenwagen? Ich sehe hier kein Krankenwagen. Hä? Das hat aber einen Krankenwagen gerufen bei mir, blöd. Ich will ja eben gucken. Ja, ja. Dann fahren wir direkt zum nächsten Teil, oi? Was ist denn mit der Auswahl hier, wie man meint? Ja, mal gucken eben. Ich hoffe, versteht mich auch klar und deutlich. Hallo, Auswahl. Ach so. Dann würde ich sagen, nehmen wir den Pfeil erst mal oben auf. Hier, wo ist denn der Schock wieder? Das wäre dann das für ein Jahr. Das wäre dann der Schock wieder. Was ist das für ein Jahr? Und jetzt? Das wäre dann der Schock wieder. Und jetzt? Das wäre dann der Schock wieder. Und jetzt? Hier entlang, und dann fahren wir da entlang, Blaulicht lassen wir einfach an, kann eh nicht schaden. So, ein bisschen Gas geben, dann haben wir noch zwei Stellen die untersucht werden müssen, dann müssen wir den Täter auch noch festnehmen. So, dann gucken wir mal wo sind gerade denn hier. Hier muss das sein. Und er lenkt wieder nach da. So, hier muss ein Weg sein. Ja. Jetzt erfährt wieder Gegner TN, ey. Fahr doch! Boah, ich krieg bei dem Spiel irgendwann mal einen Halsdreher her. Ah, das sind zwei Personen. Und schon wieder eine Frau. Ich untersuch mal die Frau, erstmal. Es wurde ein Heintaschenbiebstahl gemeldet. Suchen Sie in der näheren Umgebung nach dem Täter, nehmen Sie ihn fest und lassen Sie ihn abtransportieren. So, dann gucken wir mal, ob wir was gefunden haben. Und? Komm, wir machen uns auf den Weg. Hallo. So, ich hab nichts gefunden. Ich muss wenigstens das mal hier alles regeln, ey. Scheiß auf dem Taschenebenstein gerade. Äh, abfragen. Befrag den, Mann. Befragen! Der Name der Person lautet so. Sie hat jemanden gesehen, der vom Tatort weggegangen ist. Kann ihn aber nicht mehr. Ja, dann sieht's, wenn du wegkommst, ey. So. Vorderer Krankentransport an. Und irgendwie ist... Na, jetzt lauf! Boah, ich schick dieses Spiel. Mann, ey. Guck mal. Der wird mich verarschen. Langen, wir haben einen Einsatz. Lass uns ins Konto, Olle. Boah, ich werd... Boah, ich werd... Boah, ich werd... Boah, ich werd bescheuert, ey. Komm rein. Den Zimmer da wegkommen, ey. Aufgabe, Notruf. Notruf ist natürlich das wichtiger. Alles klar, wie fahren wir denn da jetzt? Achtung, Zentrale. Ähm, wir haben einen Notruf gemeldet. Bitte halten Sie die Augen offen. Oh, jetzt kommen wir da gar nicht weiter. Oder? Nee. Das Maus steht denn. Stopp. Komm zurück. Zurück. Wartung. Zentrale hat gehört. Zentrale kommt. Zentrale kommt. Und die nächste Mal hat. Bereit. Zentrale. Alles klar, wir kommen. Fahr. Boah, ich werd bescheuert. Es gibt Gas. Boah, ich werd... Boah, ist näh. Ich werd hier richtig hirnkrank. So, jetzt müssen wir die nächste rechts. Komm, fahr. Komm, Platz. Wir fahren einfach geradeaus durch, ne? Geht das? Ja, passt. Mach mal alle Platz da. Ne, da sind Pöller, da kann man gar nicht durch. Dabei kann man ja nicht einfach dran. Aussteigen. So. Ja, alles klar. Nee. Mah Leute. Ja, jetzt steht der Wagen auf jeden Fall. Steig aus. Mah, ich werd bescheuert. Ich krieg hier Kinder am Plackarsch. Okay, wir sind jetzt nah dran. Komm, mal rennt da hinten den Typen. Ja. Achtung, Zentrale Richtung Nordbahnstraße. Läuft der Täter gerade entlang an der Bushaltestelle. Wir brauchen dringend Unterstützung. Bitte kommen. Bitte kommen Sie, bitte kommen Sie. Theoretisch hätten wir auch von hinten ran fahren. Der wird schneller sein als wir. Scheiße. Komm, den kriegen wir. Du hast du da stehst. Renn doch, du Puzzle, ey. Äh, nehm ich jetzt nach Angeschwung. Passt du. Den Typen kriegen wir auf jeden Fall mit auf die Folge noch drauf. Das muss. Sonst wird ne schlechte Scheiße. Ja, der kriegen wir bestimmt noch. Weit kommen tut er eh nicht. Lauf mir den Weg. Weg du Bratze. Siehst du hier mal blau hier auf dem Kopf? Schau mal die Handschellen bereit rein. Jetzt kommt noch ein Audi in den Berg runter gefahren. Ah, jetzt. Er läuft rüber. Er läuft rüber. Achtung. Ja, ich tue nichts heute das Auto. Ne. Ne. Hey. Zack, wir haben ihn. Achtung, wir brauchen einen Streifenwagen. Polizeitransporter, bitte komm. Jetzt wo wir gerade dabei sind. Oh, jetzt. Da denkt er denn schon wieder, der Affe. Trick mal Auto untersuchen. Auto. Ok Leute, wir sehen uns bei der nächsten Aufnahmefolge. Tschau.